Ist der Rasazi Havas sein Hype wert? Ich war lange nicht mal so gehypt wie auf diesen Duft hier. Der Rasazi Havas, ständig sehe ich Videos, ja irgendwelche Aufnahmen, dass es der krasseste Duft sein soll überhaupt. Und so wie ihr mich kennt, muss ich das Ganze natürlich selber mal ausprobieren, ob das zu viel Hype ist oder gerechtfertigt. Ja, wir machen das Ganze auf, zack, 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 haben wir lange nicht gehört, und machen das Ding mal auf. Wie gesagt, ich bin mega gespannt auf diesen Duft, da ich so viel dazu lese und irgendwie nie dazu gekommen bin, das Ganze zu probieren. Ja, wir machen das Ganze auf, ganz normaler Pappkarton, nichts Außergewöhnliches, und da kommt unser Duft auch gleich entgegen. Das Erste, was mir auffällt, ist, wir haben so eine lila Flüssigkeit, also soweit ich richtig gelesen habe, gibt es einmal die lila und die graue Flüssigkeit, und die lila soll scheinbar ein bisschen besser sein, da bin ich auf jeden Fall beruhigt, dass ich die richtige und bessere Version bekommen habe. Ja, Flakor sieht ganz schlicht aus, aber wie riecht das Ganze? Das Ganze startet eigentlich recht unspektakulär, also wir haben hier so eine Designer-Qualität, und die Vergleiche sind schon richtig, also das Ganze geht schon sehr stark in die Richtung vom Invictus Aqua, und wir haben zusätzlich so eine Bubblegum Freshie-DNA drin, also das Ganze riecht einfach, ja, ein bisschen synthetisch, frisch, lecker, irgendwie frisch geduscht, aber letztendlich ist der Duft gar nicht mal so schlecht, also ich finde den Duft gut, aber ich muss zugeben, der Hype ist ein bisschen zu viel, also versteht mich nicht falsch, ist ein guter Duft, den man auf jeden Fall in seiner Sammlung aufnehmen kann, aber ich finde, da wird einfach viel zu viel darüber gesprochen. Komplimente-technisch kann ich mir auch vorstellen, dass es hier sehr gut abgeht, aber auf jeden Fall eine Empfehlung von mir, kann man machen.